Was ist los mit Jaron? ist ein digitaler Grundkurs für Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen und weitere schulische Beschäftigte. Das Ziel? Basiswissen und Handlungssicherheit vermitteln, wie Kinder und Jugendliche besser vor sexueller Gewalt geschützt werden können. Die Teilnahme ist unkompliziert, kostenfrei und dauert maximal vier Stunden. Der Grundkurs ist ein Serious Game, ein Format, das es den Teilnehmenden ermöglicht, sich spielerisch durch virtuelle schulische Alltagssituationen zu bewegen und im Umgang mit dem Thema Kindesmissbrauch und Missbrauch von Jugendlichen sicherer zu werden. Hierzu können die Teilnehmenden zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auswählen und erhalten dazu Rückmeldungen. Den Kurs gibt es für Grundschulen und für weiterführende Schulen, denn auch Jugendliche sind von Missbrauch betroffen und auf die Hilfe Erwachsene angewiesen. Beide Kurse ähneln sich, berücksichtigen aber die unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Themen wie erste Liebe oder erotische Schwärmereien für Lehrkräfte oder selbstverletzendes Verhalten betreffen Jugendliche eher als Kinder. Jeder Kurs hat fünf Level, in denen anhand einer individuellen Fallgeschichte unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchtet werden, zum Beispiel ein Verdacht, der sich als unbegründet herausstellt, Ein Fall von sexuellem Missbrauch einer Schülerin mit einer Behinderung. Ein schulinterner Fall, bei dem es einen Verdacht gegen einen Lehrer gibt. Sexuelle Gewalt mittels digitaler Medien. Oder die extrem schwierige Situation, wenn Kinder oder Jugendliche offensichtlich Hilfe brauchen, aber sich entschieden haben, zu schweigen. Damit das Gelernte sich verfestigen kann, gibt es nach jedem Level eine kurze Nachbesprechung. Außerdem vertiefende Informationen zu Täterstrategien, rechtlichen Fragen oder zu länderspezifischen Angeboten. Weitere Materialien zum Download sowie kurze Erklärfilme zu häufigen Fragen und Bedenken gibt es auf dem Webportal des Games. Der Kurs wurde in Kooperation mit den Kultusbehörden der Länder entwickelt und wird bundesweit als Fortbildung anerkannt. Was ist los mit Jaron? Jetzt spielend helfen lernen. Für einen verbesserten Kinderschutz in der Schule.